Georg, wenn man 87 Minuten mit so einer Mannschaft eigentlich ganz gut mithält, wie ärgerlich ist dann die Niederlage? Ja, erst einmal muss ich sagen, wir haben es lange eigentlich so gehalten, dass es wirklich verdient 0 zu 0 gestanden ist. Klar hatten sie überwiegend Ballbesitz, aber wir haben die Räume gut zugemacht, haben uns aufgeopfert, haben jeden Ball nie verloren gegeben, haben uns aufgerieben. Genauso muss es sein, weil sonst hast du keine Chance geben wie Real. Im Hinblick oder im Rückblick vom Hinspiel mit dem 0 zu 5 war klar, dass wir jetzt nicht wie die Feuerwehr anlaufen, weil wir schon Lern daraus gezogen haben und ich finde, wir haben es trotzdem absolut in Ordnung gemacht und es tut halt weh dann am Schluss, drei Minuten vor Schluss dann den entscheidenden Treffer zu kassieren. War das quasi Taktik von das ist ein bisschen vorsichtiger? Nicht vorsichtiger, aber wir haben gesehen, dass wenn man die Räume hergibt und dann werden die bespielt von wir Real, weil das einfach eine richtig gute Mannschaft ist mit großer Qualität, die die den Reinen haben und von dem her war das trotzdem ein großes Learning für uns heute wieder, dass man mit Geschlossenerheit wieder Aufopferung, Räume schließen, dann kann man wieder viel, viel mehr mitspielen und dann macht es wieder mehr Spaß. Die eine oder andere Umschaltssituation in der ersten Halbzeit hätte man vielleicht besser noch ausspielen können, aber im Grunde war nicht viel auf unser Tor und das war die Hauptsache heute. Schaut Sie noch auf die Tabelle in der Gruppe? Wir schauen Spiel zu Spiel, sicher schaut man drauf, ich weiß jetzt nicht, ob noch viel möglich ist, aber wir geben kein Spiel verloren oder keine Gruppe, das ist uns egal, das ist alles Leergeld für uns. Uns war auch klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden, aber für die junge Mannschaft ist es ein riesen großer Schritt in eine nächste Entwicklung und um das geht es hauptsächlich, weil man muss trotzdem sagen, es ist wieder ein anderer Kader, es ist wieder viel, viel passiert im Sommer und es sind sehr, sehr junge Spieler dabei, die die Erfahrung erst mal machen mussten. Ich kann mich erinnern, wo ich 20, 21 war in Salzburg, war auch die ersten Europa League Minuten unglaublich wichtig und das bekommen sie bei uns richtig viel und das ist gut so. Stichwort junge Truppe, es hat heute wieder ein Debüt gegeben im Ibra Trame, der bisher zum Einsatz gekommen ist, Manu Polster, der überhaupt zum ersten Mal Europa League, also sein Debüt letzten Donnerstag gegeben hat. Was sagst du zu besonders diesen beiden Leistungen? Ja, Manu hat es richtig gut gemacht, muss ich sagen, also da hat man gesehen, der ist physisch komplett auf der Höhe, also der braucht sich da überhaupt nicht verstecken, hat ein gutes Spiel gemacht, gratuliere ich ihm dazu. Ich hoffe, er sieht das als Ansporn, dass klar Luft nach oben ist, aber, dass er, wenn er das will und sich rein hat, kann er noch viel, viel erreichen, das freut mich sehr viel. Und Ibra, der hat eigentlich noch gar kein Training mit uns gemacht, ich glaube gestern das Abschlusstraining und freut mich natürlich auch, dass er bei uns ist, soll er auch ein vielversprechender Spieler sein. Ja, wir sind eine Familie und wir lassen in unseren Kreis, also wenn einer zu uns kommt, dann nehmen wir ihn auf und helfen ihm. Wie schwierig war es für euch heute, Fußball zu spielen, euch auf dieses Spiel zu konzentrieren, angesichts der Umstände? Ja, das Schlimme ist, wenn es am Pfiffen wird, dann ist man im Kopf komplett beim Spiel. Aber ja, es war ein Riesenschock und für alle, wir waren alle sehr sprachlos und waren uns nur einfach sehr, sehr dankbar, dass er am Leben ist, weil wenn man die Bilder sieht, dann kann da ganz, ganz andere Sachen passieren. Ich hoffe, die Tradition geht jetzt nicht weiter mit weiteren Krankenhäusern aufenthalten von den Spielern von uns, das ist einfach beschissen, aber wir wünschen alles Gute und sind bei ihm und warten auf ihn und hoffen, dass es bald, bald wieder gut geht und das geht an Mucki. Wir vermissen dich jetzt schon wieder, komm gut zurück, wir sind da für dich und wir freuen uns auf dich. Danke.